Ich habe heute die restlichen Sachen bekommen, die mir noch gefehlt haben für meine lange Winterreise im Dezember, Januar. Oh mein Gott, ich bin mal gespannt, ob alles passt. Ich schwitze jetzt schon. Oh, yeah. Es passt. Und ich schwitze schon. Ich schwitze schon. Ich schwitze schon. Ich schwitze schon.